Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode der Hella Testlabors mit der KLED 2.0. In den anderen Folgen demonstrieren wir eindrucksvoll die Robustheit unserer hervorragenden Kennleuchte. Heute zeigen wir Ihnen einen weiteren wichtigen Vorteil. Störungen im Alltag sind lästig. Ob beim Fernsehen, beim Schlafen oder einfach nur beim Nachdenken. Und Störungen, die am Arbeitsplatz die Sicherheit gefährden, sind nicht nur lästig, sondern auch gefährlich. In modernen Nutzfahrzeugen zum Beispiel ist jede Menge Elektronik verbaut. So können CB-Funk, Handy, GPS und Bluetooth durch den Betrieb einer Kennleuchte in ihrer Funktion gestört werden. Zum Beweis, dass die KLED 2.0 die beste Kennleuchte, die wir je gebaut haben, keine Störungen verursacht, machen wir jetzt den CB-Funk-Test. Sehen Sie zunächst ein Wettbewerbsprodukt. Unser Mitarbeiter befindet sich in einer Gefahrensituation und versucht über Funk einen Feuerlascher zu ordern. Doch offensichtlich ist das Funksignal gestört und unser Mitarbeiter der Gefahrensituation schutzlos ausgeliefert. Jetzt im Vergleich die KLED 2.0. Wie Sie sehen, wird das Funksignal von unserer hervorragenden Kennleuchte nicht gestört und der Hilferuf richtig verstanden. Und um unseren Mitarbeiter auch mal richtig zu fordern, bedient er noch weitere Geräte. Auch diese funktionieren mit der KLED 2.0 selbstverständlich störungsfrei. Also, vertrauen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bei Kennleuchten nur auf die KLED 2.0 von Hella. Wussten Sie schon, dass man die KLED 2.0 einfach über einen Schalter von rotierend auf blitzend umschalten kann? Ein weiterer Vorteil der KLED 2.0 von Hella.